1. 1. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 10. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 20. 18. 18. 21. 23. 23. 24. 25. 24. 22. 26. 25. 26. Das ist das, was wir machen, die Form wird aufgegeben, wir holen aus, was wir noch machen müssen, ist direkt immer die Achse einzudrehen und die Vorspanne, die durch dieses Einbringen über die Achse entsteht, nutzen, um Energie zu erzeugen, die wir dann durch die Technik ablegen. Es geht nicht um Muskelkraft, es geht darum, den eigenen Körper optimal zu kontrollieren und das, was da ist, optimal zu nutzen und einzusetzen und nicht mit Muskelkraft zu arbeiten. Das ist nur ein ganz klarer Moment, das ist jetzt praktisch die Zeitung, das ist nur ein das ist eine kurze Zeit, die wir vorbereiten, die brauchen wir nicht. Groß. Das ist die Achse. Auf die Boxen. No, ich konnte ungefähr sagen, wie wir sehen, aber der fragt minimal dieser Bewegung zum gleichem auch in die Hand. Versuche direkt in die Position zu kommen. Wenn wir den Wagen eindrehen und uns fallen lassen, dann fallen wir automatisch in die richtige Richtung. Und dieses Fall, bei diesem Moment der Überlust ist ungleichgewicht. Den müssen wir nutzen. Und das ist noch mehr. So, sorry. Wicht. Eins. Ich bin mir schochen. Ich habe mir einen Riesenkopf. Ich habe mich nie gesehen. Ich habe mich nie gesehen, weil ich nie gesehen habe. Ja, ja. Pfeil. Ich habe mich nie gesehen. Pfeil. Pfeil. Lass mich noch mal ein paar Freien. Wenn wir die große Bewegung machen, also die Achsen groß bewegen, sind langsam. Wir müssen es versuchen zu verdichten, klar zu machen. Lass dich? So. So. Nos. 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 Probieren wir. Das ist ein Punkt. Nos. Nos. Wir müssen es versuchen zu machen. Das müssen wir versuchen, bitte zu üben. Das ist sehr schwierig. Aber mit der Idee aber, dann komme ich noch ein Stück weiter. Nos. Ja. Dann noch zwei Mal. Das ist vorbei. Nos. Steine. Amos. Amo. Amos. Amos. So. Vielen Dank.